Hallo zusammen, hier ist der MagicBN und jetzt geht's mir besser. Ich bin wieder am Leben. Ich bin wieder da. Es war eine lange Zeit und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso es so lang wurde. Ich bin wieder zurück nach über einem Monat. Ich glaube, so lange Pause habe ich noch nie gemacht. Und ich weiß nicht, wieso. Viele fragen sich vielleicht, hey, was macht der? Was ist mit dem los? Ist er tot? Wahrscheinlich hat sich das überhaupt niemand von euch gefragt, weil ich habe innerhalb von diesem einen Monat nicht einen Kommentar bekommen. Ihr undankbaren Huren-Söhne. Ja, nein. Ich bin wieder da nach einem Monat. Und falls es Leute gibt, die sich fragen, was ich gemacht habe, gar nichts. Prinzipiell das, was ihr gerade seht. Ich habe Battlefield gezockt, Battlefield gezockt und noch mehr Battlefield gezockt. Und vor ein paar Tagen habe ich jetzt Level 110 erreicht. COD seit eineinhalb Monaten nicht mehr angerührt. Also wirklich nicht mehr angerührt. Einmal war mir so langweilig, da habe ich kurz überlegt, das wieder anzuschmeißen, dass es mir aufgefallen ist. Nein, lieber nicht. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Und sonst, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich weiß nicht, wieso ich keine Videos gemacht habe. Es ist einfach... Es war einfach nicht irgendwie so passend, weil Battlefield-Dinge sind immer so 15 Minuten lang, die Gameplays. Und ich mache eigentlich immer nur so 5 Minuten Videos und dann... Wenn man so 2 Wochen Pause macht mal, dann ist es echt schwer, wieder diesen Einstieg zu finden. Weil du kannst... Also ich zumindest nicht. Ich kann nach 2 Wochen nicht einfach sagen, hey, Video wie immer, sondern ich habe da irgendwie so diesen Drang zu sagen, oh man, ich war so lang weg. Es tut mir leid. Es tut mir leid, nimm mich zurück, bitte. Und dann kann ich jetzt wieder anfangen. Und das ist jetzt eigentlich praktisch auf dieses Video. Das ist nur eine kurze Mega-Killing-Spree. Und ich wollte nur sagen, hey, Bitches, ich bin wieder da. Und es geht jetzt hoffentlich wieder ein bisschen besser los. Ich werde nichts versprechen. Ich habe mir vorgenommen, nichts mehr zu versprechen, weil meine Versprechungen sind meistens falsch. Meistens halte ich die nie ein. Und mein Plan ist jetzt, dass ich die Battlefield-Gameplays immer fülle mit Björns Wochengedanken. Ich schreibe mir eine Woche lang immer auf alle möglichen... Weil ich habe eine Menge kranke Gedanken. Ich habe eine Menge wirklich kranke Gedanken. Oder halt, was heißt kranke, wirklich witzige, lustige, tolle, interessante Gedanken. Die aber eben kein ganzes Video ausfüllen. Und die schreibe ich mir mal auf. Packt ihr dann ein Mega-Gameplay, das dann immer halt so 10 Minuten für eine Stunde ist. Und dann zwischendurch, falls ich mal irgendwas habe, was ein Video füllt, dann werde ich das halt auch machen. Das ist jetzt der Plan. Ich bin wieder da. Und ja, ich hoffe, es gibt da Leute, die mich immer noch schauen und mich nicht schon vergessen haben. Wird sich wahrscheinlich bald zeigen. Genau. Ich hoffe, es freut euch genauso wie mich, dass ich jetzt wieder angefangen habe. Habe ich mal wieder aufgerappelt. Bis zum nächsten Mal nicht vergessen. Stutzen und nicht rasieren.